Hi Leute, wir sind gerade im Kinderklinikum und kommt mit, wir überraschen jetzt ein paar Kinder. Er macht das schon, ich merke gar nicht, dass ich nicht mithelfe. Es kam gut, glaube ich. Ich glaube, es ist schön, zu der besonderen Zeit einfach so ein kleines Zeichen zu senden und wirklich von Tür zu Tür zu gehen und den Kleinen eine Freude zu machen. Und man hat gesehen, auch gerade mit Wolfi, dass die Kleinen sich da sehr darüber gefreut haben und uns das natürlich auch wahnsinnig viel gibt in dem Moment. Ich glaube, gerade für diese Momente wie heute haben wir das ja ins Leben gerufen. Und das ist einfach schön zu sehen, dass Kinder, die jetzt eigentlich in einer blöden Umgebung sind, weil sie halt im Krankenhaus sind, also irgendwas fehlt ja jedem, dass sie dann für einen Moment irgendwie alles vergessen, wir eine kleine Freude machen können mit wenig Aufwand. Und ja, das erdet einen schon, vor allem es gibt auch wirklich herzzerreißende Schicksale hier. Und ja, wenn man da so ein Lächeln trotzdem irgendwie kriegt, ist es echt wunderschön. Ja.